Willkommen zur 85. Folge Brettspiel-News Talk. Ich bin Johannes und in dieser Folge rede ich mit Daniel Teuerkaufer von Board Game Circus über die Situation von Kleinverlagen aktuell, über die Nachbereitung von Spielemessen und mehr. Viel Spaß! So, ein neuer Interview-Podcast mit Gast und Daniel von Board Game Circus ist wieder da. Hallo! Hi, Johannes, voll im Abflug und Aufwind, deshalb Board Game Circus. Ja, vielleicht wäre das ja was, nochmal zu überlegen, in andere Sphären abzutauchen. Aufzutauchen. Abtauchen auch, ja, genau. Du warst ja schon mal da und auch einige von deinen KollegInnen waren schon mal da. Für die, die vielleicht die Podcast nicht mehr so in Erinnerung haben, magst du dich und Board Game Circus nochmal kurz vorstellen? Unbedingt. Wir sind ja auch nie derselbe Board Game Circus, der wir gestern noch waren oder morgen sein werden. Immer in Bewegung. Und Board Game Circus ist ein Brettspielverlag im weitesten Sinne für familienfreundliche Brettspiele bis hin zur KennerInnen-Grenze. Und darüber hinaus auch ein erfolgreiches Übersetzungs- und Lokalisierungsstudio für Brettspiele, die vom internationalen Markt in andere Sprachen transferiert werden sollen. Genau, wir haben ein Team, Entschuldigung, das ist natürlich, uh, das hat er toll gesagt, so steht es auch auf der Webseite. Wir haben ein Team von vier Leuten, die fest mitarbeiten. Also in der Redaktion haben wir Lisa Prohaska, wir haben den Frank Turo und den Dirk. Das klingt so, jeder kennt den Dirk, das ist der Dirk Hussmann. Und wir vier sind das Kernteam von Board Game Circus, arbeiten aber insgesamt sowohl im Verlag als auch in der Übersetzungssparte mit mindestens 20 Freelancern, auch regelmäßig kontinuierlich zusammen. Also wir sind ein kleiner Verlag mit großem Netzwerk. Familienspiel-KennerIn-Bereich, das machen, glaube ich, viele Verlage. Vielleicht nochmal so, um Board Game Circus einzuschätzen. Wenn du jetzt ein Spiel aus eurem Portfolio dir aussuchen müsstest, was vielleicht Board Game Circus am besten beschreibt, was wäre das? Finde ich schwierig. Es gibt ja eine gewisse Bandbreite, die von unten bis oben geht. Typisch Board Game Circus, und da würde jede Person im Team vermutlich eine andere Antwort geben, ist, ja, vielleicht können wir uns auf Wildes Weltall einigen. Also ich glaube, unser Spiel Wildes Weltall ist vielleicht das, was so in der Mitte alles zusammenbringt. Das ist nicht zu kompliziert, das ist nicht belanglos, sowieso nicht. Es hat dann auch diesen besonderen kunstvollen Stil, den wir ja gerne haben. Also die Spiele sehen manchmal bis oft eben etwas anders aus, als die Durchschnittskost es tut. Und Wildes Weltall bringt das alles zusammen. Aber weil du sagst, und das ist mir jetzt, glaube ich, auch wichtig an der Stelle, familienfreundliche Spiele, das machen ja alle, da würde ich eher sagen, jein. Also Board Game Circus ist, glaube ich, am unteren Rand unterwegs. Und unsere Freunde, sei es von Skellig Games, Spielefable, Funtales, etc. Also es gibt ja wirklich wahnsinnig viele Verlage in unserer Größe da draußen mittlerweile. Die sind doch mehr im, sag ich mal, gehobeneren Bereich noch unterwegs als wir. Also wir haben jetzt mit Gascha eine Grenze ab sieben Jahren aufgemacht. Wir haben Q-Birds, was wirklich, ich will jetzt nicht sagen im UNO-Bereich, aber was wirklich in allen Familien gespielt wird. Und da reden wir gar nicht mehr von der Bubble. Und das ist, wenn ich jetzt nach links und rechts zu den Kolleginnen schaue, das ist einzigartig, was wir jetzt als Kleinverlag versuchen zu machen, nämlich ein Programm zu haben, das eigentlich nur große Verlage sich leisten können, die dann auch im Müllermarkt, im Kaufhof etc. stehen. Da kommen wir ja nicht rein. Das heißt, wir sind, das hat man dann auch auf der Messe gesehen, auch mit Wolfwalkers jetzt, mit unheimlich familienfreundlichen Sachen da, die dann in der Bubble, also wo ja der informierte Mensch spielt, erst mal schwieriger zu verkaufen sind tatsächlich. Wie klappt das denn? Weil du hast es ja angesprochen, keine Ahnung, Ravensburger, Kosmos etc. Die stehen halt auch nicht im Fachhandel und da kommen dann irgendwie die Familien, die vielleicht sich ein, zwei Spiele pro Jahr kaufen, gut ran. Wie ist das denn, wie kommt ihr an das Zielpublikum ran? Wir beschreiben unsere Zielgruppe als Gamer und ihre Familie. Ja, also Menschen, die sich tatsächlich aktiv mit dem Hobby befassen, die viel spielen und andere damit infizieren oder mit reinholen. Und im Prinzip geht es im Wesentlichen über diese Form von Multiplikatoren. Also Spieleclubs, Spielevereine, Menschen, die einfach privat eben spielen, mit Onkel und Tante dann aber auch plötzlich oder den Kids. Messen natürlich sind dann eben für uns trotzdem gut, klar. Ja, und der Handel, auf jeden Fall der Fachhandel auch, denn da kommt ja auch immer wieder jemand vorbei und sagt, ich spiele zwar nicht selbst, aber ich will ein Spiel verschenken für eine Person, die gerne spielt. Was könnte das sein? Das ist also sozusagen unsere Hauptmöglichkeit, bekannt zu werden. Ansonsten ist der Rest einfach ein langer Weg und viel Arbeit. Also es ist ja Gott sei Dank für Board Game Circus nie rückwärts gegangen, sondern immer vorwärts. Und wir kommen da ja irgendwann vielleicht auch mal hin, dass das erste Spiel im Müller steht. Who knows? Es ist sicherlich auch nicht das höchste Ziel von allen, die wir haben, aber es ist schon mal hilfreich. Und ich war ja letzte Woche zum ersten Mal seit vier Jahren im Müllermarkt in Freiburg, wenn es nicht sogar mehr Jahre sind. Ich wohne jetzt nicht mehr in der Innenstadt. Und da gab es dann Flipper Mania von Frosted Games und es gab Rift Force und da habe ich einfach gemerkt, es ist schon cool, manchmal einen Vertrieb zu haben, der so groß ist, dass er das Spiel eines kleinen Verlages, nämlich Frosted Games oder One More Time Games, in dem Fall also quasi Pegasus oder Asmodee, in den Müllermarkt, in den Massenmarkt reinzukriegen. Denn da entstehen nochmal neue Berührungspunkte, die uns so nicht offen stehen. Genau, also insofern liegt es an unserer Arbeit, an der Arbeit unserer Vertriebe und Großhändler, ob da irgendwas gemacht werden kann, beziehungsweise sich entwickelt. Und ist die Nachfrage erstmal da, ist vielleicht irgendein Award oder irgendwas da, dann würde sowas plötzlich ganz schnell gehen. Jetzt, wo du es angesprochen hast mit Asmodee oder Pegasus, beziehungsweise so Vertriebswege, ist das was, wo ihr drüber nachdenkt, nach dem Motto, okay, wenn, ob es jetzt Asmodee, Pegasus oder ein anderer Vertrieb ist, sozusagen, denkt ihr da drüber nach? Na, du musst mal gucken, welche Chancen hätten wir überhaupt. Also wir sind ja im Vertrieb zuerst einmal bei SpielDirect. Das ist eine Genossenschaft, in der wir Verlage uns zusammengeschlossen haben, um eben mehr Spiele auf einmal anbieten zu können, weil für niemanden im Fachhandel ist es interessant, bei 10, 20, 30 Verlagen einzeln einzukaufen, sprich, bei SpielDirect kriegen sie alles zusammen mit einem guten Service und so weiter und so fort. Finde ich super und wir sind, wie gesagt, selbst Mitglied, also den Verlagen gehört der Vertrieb, wenn du so willst. Das ist eine Genossenschaft. Darüber hinaus kann ein Händler, eine Händlerin jetzt ja auch schon bei Pegasus unsere Spiele bestellen, aber das ist mehr oder weniger ein Durchreichen. Wir haben ja keine Pegasus-Rahmentitel, sondern wir sind ja Board Game Circus. Und Pegasus-Rahmentitel sind das jetzt, also das müsste ich lügen, ob das bei Flippermania so war. Pegasus-Rahmentitel sind, dass die dann dort stehen, denn natürlich hat Pegasus ja ein Interesse, dort zu stehen. Und auch da ist es nicht so, dass Pegasus alle Produkte, die sie im Portfolio haben, dort hinstellen könnte. Deswegen, selbst wenn wir jetzt sagen, man konzentriert sich voll auf Pegasus oder einen anderen großen Vertrieb, würden zum ersten Mal dort die originären Produkte von denen stehen und nicht von uns. Also ist es, glaube ich, keine Option oder keine Lösung, auf die Weise den Massenmarkt zu erreichen. Aber vielleicht einen Baustein auf dem Weg dahin. Ist da so ein Überlegungspunkt, keine Ahnung, wenn ich an Frosted denke, da ist ja dann auf vielen Spieleschachteln steht dann sowohl Frosted als auch Pegasus drauf, dass dann viele, die vielleicht nicht so tief in der Branche sind, doch eher an Pegasus denken? Also dass das, weiß ich nicht, die eigene Marke so ein bisschen, weiß ich nicht, schmälert oder weniger bekannt macht? Zwei Dinge würde ich da unterscheiden. Erstens, ja, das ist so. Also es wird grundsätzlich als Pegasus-Spiel wahrgenommen. Und zweitens, die Frage, ist es schlimm oder nicht? Das hängt natürlich davon ab, was du mit deiner eigenen Marke vorhast. Also wir machen uns überhaupt gar keine Illusionen, dass die Mehrheit der Menschen, die unsere Spiele spielt, irgendeine emotionale Berührung zu Boardgame-Circus hätte. Haben sie nicht, ist vollkommen okay. Im Fokus steht im Endeffekt immer der Titel. Du interessierst dich für einen Titel, der Titel wird multipliziert, indem er auf Instagram etc. geteilt wird. Bei wem bleibt dabei jetzt noch hängen, dass das Spiel von Boardgame-Circus war? Ja, also es gibt eine Community, die wir haben, die ist total cool und die ist überschaubar, aber das ist auch gut so, weil da aus, sag ich mal, jetzt sagen wir Policy-Gründen, die wir haben und Idealen, die wir anstreben, auch gar nicht alle unbedingt drin mitmischen müssen, sondern die Leute, die ein Safe Space haben wollen, sind da drin. Aber darüber hinaus interessiert sich, glaube ich, niemand für Boardgame-Circus. Und das ist vollkommen okay. Vielleicht interessiert sich einer für Dirk, aber weiß gar nicht, dass Dirk von Boardgame-Circus ist. Vielleicht interessiert sich einer für die Tiere vom Ahorntal. Und ob es vielleicht im einstelligen Prozentbereich ist, dass jemand sagt, jetzt gucke ich mal, was der Verlag noch hat. Wie gesagt, von Menschen gesprochen, die nicht in der Bubble sind. Ist nicht messbar für uns, ist in dem Moment auch noch nicht so relevant, sondern es geht, wie gesagt, darum, kriegen wir das Produkt gut platziert. So, und dann haben wir ja Möglichkeiten, auf der Schachtel, auf ein anderes Spiel auch hinzuweisen. Also am Schachtelrand von Wild Cards wird auf Q-Birds hingewiesen, am Schachtelrand von Wildes Weltall, da wird auf die Erweiterung hingewiesen und so weiter. Also das wird dann halt schon genutzt, um zu sagen, okay, Menschen, denen das gefiel, gefiel auch. Merkt ihr das, weiß ich nicht, so simplere Spiele wie, weiß ich nicht, du hast jetzt Gascha ja angesprochen, sozusagen als untere Grenze sozusagen. Kommt das weniger gut an? Kommt das besser an? Also rein vielleicht vom kommerziellen Aspekt? Es gibt auch da zwei Aspekte. Kommerziell kommt es nicht schlechter an, auf gar keinen Fall. Du musst nur die richtigen Menschen finden, die es verkaufen. Und da gab es eine kleine Story. Und zwar sieht ja Gascha nur noch mal irgendwie anders aus, als die Sachen, die wir sonst gemacht haben. Auch auf seine Weise verrückt, deswegen folgerichtig. Aber es war manchen, und da hatte auch ich, als ich überlegt habe, soll ich das Spiel jetzt signen oder nicht, für ein bisschen zu exotisch in gewisser Weise vielleicht empfunden oder zu riskant für den Markt, von dem wir wissen, den haben wir. Ich habe es dann trotzdem gemacht, weil es einfach immer wieder im Gameplay so wahnsinnig gut funktioniert hat mit allen, mit denen wir das gespielt haben, eben auch außerhalb der Bubble. Und dann ging es los, das Spiel zu verkaufen. Und tatsächlich war das erst mal schwierig, weil die Leute dann wieder nur, also ich meine jetzt da mit Händlerin, ich habe denen das Spiel gezeigt, erklärt, im Wesentlichen ja in der Präsentation, in Newslettern und so weiter und so fort. Das heißt, du bist erst mal wieder nur mit der Textbeschreibung und der Schachtel konfrontiert und überlegst dir, das passt bei uns nicht rein. Und ich habe mir die Läden dann genauer angeguckt. Und das ist auch eine gute Sache, die man sich ja dann leisten kann, wenn man kleiner und individuell ist, auch auf den Handel entsprechend einzugehen. In welches Geschäft passt denn was? Wer hat denn welches Portfolio? Und da gibt es eben dann einen Laden, der ein sehr schönes, hübsches, in Pastel hochwertig gehaltenes Sortiment für Familien mit Kindern anbietet. Also wirklich im gehobenen Segment, wo du sagst, wenn ich jetzt einen Gascher rein stelle, das fällt da irgendwie komplett raus, ja. Weil das ist so, als würdest du Toys R Us versuchen in einem, ja wie nennt man sowas, in einer Boutique unterzubringen. Aber auf meinen Wunsch hin haben sie es dann gespielt, waren hin und weg und haben gleich 100 Stück geordert und einmal ein Meter großes Plakat von dem Spiel selbst ausgedruckt, auf ihre Kosten ins Schaufenster gehängt und Gascher zum Spiel des Monats gemacht. Und diesen Effekt, also ich, wie gesagt, man muss es mal gespielt haben, diesen Effekt hat das Spiel und deswegen, nein, es verkauft sich auf keinen Fall schlechter. So. Das war der kommerzielle Aspekt. Der zweite ist jedenfalls, wie können wir damit dann wieder Menschen erreichen, ja, weil das ist ja komplett außerhalb der Bubble. Also das entzieht sich momentan noch unserer Kenntnis. Wir erreichen außerhalb der Bubble Menschen nur tröpfchenweise, indem so ein Spiel mal irgendwann seinen Weg findet. Wie hier im Ort, wo ich wohne. Ich habe das zu einem Kindergeburtstag verschenkt. Die Kinder in dem Alter sind plötzlich alle gehypt und auf einmal kommen die Eltern zu mir und kaufen das wiederum für ihre Nichten und Neffen, ja. Also war ich manchmal selber der Mensch, von dem wir ganz viele eigentlich brauchen und uns wünschen, die unsere Spiele spielen, gut finden und weitertragen. Ist das für euch als Verlag auch immer eine Herausforderung, sozusagen, ne? Ihr habt das Spiel und wollt es an den Handel geben. Also, ne, sozusagen, die können es dann probespielen, aber man muss es ja wahrscheinlich erst mal promoten, ohne dass der Handel weiß, was das für ein Spiel ist. Wie, ja, weiß ich nicht, man kann natürlich einmal schreiben, es ist ein Würfelspiel, es ist ein Kartenspiel, aber das ist natürlich super abstrakt. Wie versucht man irgendwie so ein bisschen den Unique Selling Point eines Spiels rüberzubringen? Ich glaube, da sind wir eher in dem Bereich, wo die Marke, Board Game Circus doch wieder eine Rolle spielt. Dass der Handel einfach weiß, da kam bis jetzt kein Mist und ich weiß, was aus diesem Portfolio, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt eben doch eine gewisse Bandbreite von sehr einfach bis komplexer, für meinen Laden geeignet ist. Und dementsprechend ist natürlich auch die Bereitschaft da zu sagen, okay, da kommt was von Board Game Circus, das schaue ich mir an. Und dann muss man sich nichts vormachen. Der Handel ist untereinander wahnsinnig gut vernetzt auch. Es gibt auch entsprechende Händler und Handelsallianzen. Die einen Ring gebildet haben, wie zum Beispiel die Aktion Hoher Spielwert. Und die testen sowas dann so ähnlich wie Spieleabende oder Spielerezensionsgruppen auch Spiele testen und geben sich dann eben gegenseitig im entsprechenden Chat Bescheid. Hier, guckt euch das mal an. Das haben wir getestet. Das ist total gut. Das sollten wir uns vielleicht reinstellen. Und so funktioniert das, ja, genau. Nichtsdestotrotz, also ich habe ja gesagt, es ist ein Newsletter. Zu manchen Spielen gibt es ein Video. Das ist aber dann auch wieder die Frage, wer guckt sich das an. Und ich kann dir auch sagen, wenn wir ein Newsletter verschicken, der gezielt an den Handel geht, der genau die Information hat, die der Handel braucht, dann gucken Sie sich den trotzdem nur 60% der Händlerinnen an. Dann finde ich das sehr schade. Hallo, wenn ihr das hört, katastrophal. Das ist unser Job, den wir für euch machen oder andersrum. Ja, einfacher könnt ihr es nicht haben. Copy und pastet es raus in euren Shop, was wir im Newsletter haben. Aber wie sonst? Und dann gucken manchmal einige verdutzt oder sagen, der Kunde stand im Laden. Ich wusste gar nicht, dass es das Spiel gibt. Kann ich das bei euch bestellen? Und dann denke ich mir, lies einfach den Newsletter. Also das ist so Daily Life bei uns. Aber eben Newsletter, Filme, also Videos. Dann auch, es gibt welche, die sind so committed, dass sie unseren Podcast hören oder wirklich auch unsere Social Media verfolgen. Aber viel mehr gibt es nicht. Dann ist es wirklich die Kundschaft, die kommt und sagt, das hätten wir gerne im Zweifel. Jetzt ist die Messe ja schon ein paar Monate her, aber vielleicht ist es ganz gut, damit man so ein bisschen Bilanz ziehen kann. Wie war denn erstmal vielleicht ganz allgemein für euch als Verlag, die Messe gerade, weil ihr diesmal, also ihr hattet hier einen großen Stand mit, ihr habt euch zu dritt mit drei Verlagen einen Stand geteilt und habt daher ordentlich Fläche gehabt. Genau. Also erstmal war es ja auch die erste richtige Messe nach Covid. Für uns als Team zusammenzukommen war ganz super. Frank war zum ersten Mal dabei. Der ist jetzt seit, ach ich müsste lügen, wahrscheinlich ist er jetzt auch schon wieder fast ein Jahr dabei. Aber eben, wir kommen dort zusammen, wir arbeiten ja nur remote sonst, also jede Person in ihrem eigenen Homeoffice, aber mehr zum Thema Homeoffice gleich noch, erinnere mich dran. Und deswegen war die Messe super. Die Größe des Messestandes, die du angesprochen hast, wir hatten ja mit Skellig Games geteilt und Skellig Games wiederum hatte als seinen Partner auch Eagle Griffin Games dabei, beziehungsweise VWars. Die Größe des Standes war natürlich auch genial. Die gemeinsame Planung war ganz toll. Wir hatten ein gemeinsames Konzept, gleiche Tische, gleiche Stühle, bei ihnen aber schwarz-weiß, zum Logo passend, bei uns bunt, zum Board Games passend. Ein großer blauer Teppich unter allem, dass man sieht, okay, da ist auch eine schöne dicke Area. Das war mega, mega gut, hat uns allen mega viel Spaß gemacht. Wie ist das denn? Ich weiß nicht, ob du da Zahlen nennen magst. So ein großer Stand wird ja ordentlich kosten und die ganze Vorbereitung, die ganzen MitarbeiterInnen, also die ganze Logistik, das wird ja einiges kosten und das muss man ja wieder reinkriegen. Hat sich das gelohnt? Rein wirtschaftlich darfst du das nicht messen. Also das sind ja Kosten im fünfstelligen Bereich. Und ihr habt bestimmt auch im Vorfeld alle mitbekommen, dass es diese Diskussion, die gab es ja auch schon, glaube ich, im letzten Jahr über die Bezahlung der SupporterInnen gab und gibt. Plus halt Mindestlohnanhebung in eben dem Jahr 2022, was auch dazu geführt hat, weil wir die Leute nicht einfach in Spielen bezahlen wollen, dass wir regulär bezahlen. Das sind alleine für das Support-Team über 5.000 Euro. Das muss man sich einfach mal klar machen. Es gibt aber auch einige, da möchte ich auch mal Dankeschön noch mal sagen, die erkennen sozusagen die Situation und sagen, ich helfe damit, weil mir das Bock macht und ich hinter die Kulissen blicken kann. Trotzdem, ich verstehe vollkommen und jede Arbeit, die auch ausgeführt wird, die soll auch bezahlt werden, wenn das Team sagt, ich finde das cool, dass ich da bezahlt werde. Also so arbeiten wir auch generell bei Board Game Circus. Das arbeitet auch im Rahmen unserer Möglichkeiten manchmal leider nur, aber eben fair bezahlt werden soll. Ja, wirtschaftlich allein darfst du das nicht betrachten. Also wir waren bisher immer und auf jeder Messe profitabel. Je kleiner das ist, man ist, desto einfacher ist das auch, weil die Kosten potenzieren sich nach oben hin irgendwann. Und zu dem Zeitpunkt, als wir noch kleiner waren, haben eben auch andere Kollegen mir gesagt, wie zum Beispiel der Michael von der Spielwiese, wenn du da irgendwie nicht mit dem Minus rauskommst, hast du alles richtig gemacht. Das ist sozusagen so die Baseline, an der ich mich immer orientiert habe. So gesehen haben wir da jetzt auch alles richtig gemacht. Der wahre Mehrwert, der liegt aber darin, wie wurde das wahrgenommen, wer hat uns gefunden und welche Auswirkungen hat das vielleicht noch in der Zukunft? Oder hat es auch jetzt schon? Wir sind ja schon in der Zukunft nach der Spiel. Also das Feedback von allen Seiten, sei es jetzt von euch Medienvertreterinnen, sei es von unseren Verlagspartnerinnen, die wir getroffen haben, etc. Ist natürlich bombastisch. Ui, da hat sich ja einiges getan. Und ihr wart ja richtig groß dabei. Und ich hatte Board Game Circus gar nicht so auf dem Schirm. Das ist der Effekt, glaube ich, der da auch nochmal einen ganz großen Nutzen ausmacht. Falls du das schon sagen kannst, was heißt das sozusagen für die Messe dieses Jahr für euch? Das kann ich überhaupt nicht sagen. Und das liegt nicht an uns. Wir würden das in gleicher Form genauso wieder machen. Es liegt auch nicht an Skellig Games, sondern es liegt an der Messe selbst. Heute Morgen auf Facebook hat Dominik Metzler sich verabschiedet und damit ihren Job bei der Messe, den sie 22 Jahre lang, glaube ich, oder ich will nichts Falsches sagen, noch länger. Wie komme ich auf 22? Vielleicht weil wir gerade über das Jahr 22 gesprochen haben. Egal. Dominik Metzler hat sich verabschiedet. Es gibt ja eine neue Geschäftsführerin, Carol Rapp. Und natürlich haben wir Verlage alle auch sofort Carol Rapp geschrieben, hey, wir würden gern weitermachen. Aber Carol Rapp hat eventuell eine kleine Konzeptänderung, was ich auch sehr spannend finde im Ärmel. Und unser Wunsch wäre es, wir würden das wie gesagt mit Skellig Games jederzeit wieder machen. Da gibt es einfach eine gute Verbindung. Aber, und dann kommen wir wieder zu dem Bereich, den wir vorher angesprochen haben. Wir sind low entry mit den meisten unserer Spiele. Gasha, Q-Birds, Wolfwalkers. Wir müssen eigentlich näher an die Familien ran bei der Messe. Wir waren jetzt schon weiter vorne und das war schon gut. Aber wir sind eben in einem Bereich, in dem vorwiegend trotzdem informierte Gamerinnen am Ende am Tresen stehen und die Spiele abholen wollen, die sie im Internet vorbestellt haben. So, und das ist was, was ich auch in Richtung Carol Rapp kommuniziert habe, dass uns geholfen wäre, mehr zu den Familien hingetragen zu werden. Das heißt, es ist Board Game Circus total egal, ob sie 60, 90 oder 100 Quadratmeter haben. Wichtiger ist, wo und in welchem Umfeld wir stehen. Das heißt also, du wirst nicht zwangsläufig irgendwie wieder einen Stand mit Skellig Games sehen oder ähnliches, sondern du wirst uns vielleicht ganz woanders finden. Das ist für uns momentan überhaupt nicht ansagbar. Was passiert denn für einen Verlag alles nach der Messe? Also natürlich muss man das alles abbauen und alles, was irgendwie sozusagen nicht verkauft wurde, muss wieder mitgenommen werden. Was macht ihr denn noch sozusagen? Wie bereitet ihr die Messe allgemein nach? Das hat sich dieses Jahr nochmal geändert. Wir haben eine Nachbereitung, sah sonst im Prinzip so aus, dass wir auf die Verkäufe geguckt haben, dass wir geguckt haben, wie machen wir weiter? Ich meine, das ist ja auch nicht so, als steht man da plötzlich und wüsste das nicht. Man weiß ja auch schon vor der Messe, wie es nach der Messe weitergeht. Aber neu hinzugekommen ist für uns jetzt das Lizenzgeschäft, eigene Spiele ins Ausland zu lizenzieren. Wir haben ja mit Fika einen echt guten Start gehabt auf dieser Messe und das läuft auch jetzt fantastisch, also eine Eigenentwicklung von uns. Und das haben wir ja auch schon in die USA lizenzieren können. Das heißt, ein Großteil der Gespräche auf der Messe hat sich auch darum gedreht, Verlagspartnerinnen aus dem Ausland das Spiel zu zeigen und auch die anderen, die da noch kommen, nämlich das Grease Monkey Garage, Lost Lights. Dann haben wir ja schon Wild Cards, was wir anbieten können. Und da wird das Spiel, was wir ja vom Awe Fühler bearbeiten, das wird ja dann auch noch dazu kommen. Und das hat sich geändert. Die Nachbearbeitung für mich, und da ist ja jede Person bei uns in ihrem eigenen Segment, bedeutet, ich gebe Zugang auf die Dateien zu den Spielen, über die wir gesprochen haben. Ich fasse nach, was braucht ihr noch, was fehlt euch, habt ihr es schon getestet. Dann fragen die nach, was soll es denn kosten, wenn wir so und so viel Stück machen und versucht da einfach Partnerschaften zu organisieren. Dann ist es im Translation-Bereich, den ja die Lisa abdeckt, natürlich so, dass sie da eben die Kundschaft getroffen hat und da dann auch Projektanfragen bekommt. Das heißt, es müssen Angebote für Übersetzungen geschrieben werden und so weiter und so fort. Vieles ist also zusammengefasst Netzwerkpflege mit jeweils spezifischen Aufgaben für den Bereich, den sie eben betreffen. Wie ist denn so, weiß ich nicht, ob du das, ja, wahrscheinlich kannst du es sagen, sozusagen, ihr seid sowohl Verlag als auch macht Übersetzung. Wie ist der Anteil, weiß ich nicht, an Arbeitszeit, sozusagen, wie viel Zeit geht in den Verlag, wie viel Zeit geht in die Übersetzung? Wenn ich das jetzt nicht sagen könnte, dann würde das, glaube ich, Bände sprechen über unser Management. Sagen wir mal, bis Ende 2021 waren der Verlag und das Übersetzungsstudio wirtschaftlich gleich auf on par, ja. Das heißt, der Umsatz, den beide gemacht haben, der war so ziemlich gleich und das waren eben auch zwei nebeneinander gleichbedeutende Säulen. Beides auch im Laufe der Zeit gewachsen. Im Jahr 22, Ende des Jahres, ist der Verlag leicht stärker. Aber es ist durchaus so und da muss man auch verstehen wiederum, dass Lisa und Frank beide zuerst einmal angestellt wurden für und im Übersetzungsstudio und nicht im Verlag als solches. Ist natürlich ein und dieselbe Firma, aber vom Aufgabenbereich her ist es so gewesen, dass wir gesagt haben, eure Stelle können wir dann sicher finanzieren, wenn ihr übersetzt. Denn da gibt es regelmäßig Aufträge und damit könnt ihr euch finanzieren. Dass sie Aufgaben geschiftet haben teilweise, liegt ja auch unter anderem an den Kompetenzen. Also Lisa zum einen auch im Management, nicht nur im Übersetzen selbst und zum anderen aber auch in der Redaktion, weil sie wahnsinnig gute Spielanleitungen macht. Dafür kriegen wir ja auch immer wieder das Feedback auf BGG oder so, wenn die Menschen Fragen haben. Insofern ist beides nach wie vor aber wichtig. Würde das Übersetzen komplett wegfallen, gäbe es den Verlag in der Form nicht, wie er da ist. Müsste ich eins von beidem mal schließen, dann wäre der naheliegendere Gedanke, den Verlag zu schließen, weil der Verlag ist mit viel höheren Kosten und viel höheren Risiken verbunden als eine Serviceagentur. Jetzt ist es ja so, Covid ist vorbei. Das wird, glaube ich, noch sehr lange dauern, sowohl persönlich als auch irgendwie gesellschaftlichen Ebenen. Aber es haben sich, glaube ich, bestimmte Sachen beruhigt. Aber natürlich gibt es da immer noch ganz viele Nachwirkungen. Dann haben wir andere globale Krisen. Wie ist denn für euch jetzt in der aktuellen Situation, sind ja immer noch die Rohstoffpreise. Also man merkt das, finde ich ja, bei Spielen, die rauskommen, wo man wahrscheinlich gedacht hätte, vor zwei, drei, vier Jahren wären die billiger gewesen. Wie ist das denn jetzt für euch gerade als kleinen Verlag, die, weiß ich nicht, vielleicht nicht so ein großes Polster haben oder ja? Ja, das ist eine schwierige Geschichte. Also zuerst einmal waren Spiele auch schon vor dem Teurerwerden zu billig. Nee, nicht auch schon, aber sie waren vor dem Teurerwerden zu billig. Das heißt, die Diskrepanz, die man jetzt fühlt, die ist relativ stark. Das ist in anderen Ländern nicht so, weil in anderen Ländern Spiele schon immer 10 bis 15 Prozent teurer waren und zwar in den direkten Nachbarländern als bei uns. Die Gründe sind vielseitig. Brauchen wir nicht weiter darauf einzugehen jetzt, sondern es ist tatsächlich in dem Fall mal ein Fakt, den wir so hinstellen können. Das heißt, wenn jetzt hier auf ein Niveau angehoben wird, auf dem die Verlage auch wieder arbeiten können, gemessen an den Kosten, die sie damit haben, die unter anderem auch wegen der Rohstoffpreise eben gestiegen sind, dann verstehe ich zwar, dass das schmerzvoll ist und dass man es eben sehr stark merkt. Man hat aber auch sehr lange auf einem wahnsinnig guten Niveau gelebt hier, was die Preise angeht, die teils auch durch die großen Verlage vorgegeben völlig unrealistisch waren für das, was kleine Verlage leisten können. Und jetzt ist es eben auch bei den großen Verlagen angekommen und jetzt merken es halt alle. Vorher hattest du die Wahl, kaufe ich einen großen Verlag, der sich das leisten kann, billiger zu sein und lasse den kleinen Verlag im Regal stehen. Jetzt wird auch der große Verlag teurer und da merken es eben dann alle Menschen. Es ist aber nicht alles negativ. Also passt auf. Wir haben letztes Jahr irgendwie wahnsinnig hohe Containerpreise gehabt, zum Beispiel für die Seefracht. So hoch, dass das, glaube ich, auch den einen oder anderen Verlag, nicht in Deutschland, aber international direkt immer aus dem Spiel gekegelt hat. Das hat sich wirklich gebessert. Also die Container, die sind jetzt wieder auf einem Niveau, das verträglich ist, nicht auf einem normalen Niveau, aber auf einem, das sehr verträglich ist, wo man sagen kann, okay, wir müssen nicht die Seefracht nochmal irgendwie mit 5 Euro und Top auf einen 40-Euro-Titel legen, wie damals, also unsere Tiere vom Ahorntal und die Schatten der Pagode waren beide für 39,90 geplant, haben am Ende eine UVP von 45 Euro gehabt, weil alleine Container da bei 11.000, 12.000 Euro war und da hast du 2.000 Spiele drin, rechne 12.000 durch 2 und du weißt, wie viele Euro muss ich drauflegen, damit ich genauso viel verdiene wie vorher. Natürlich mit allen Nachteilen. Also das hast du ja dann auch gemerkt im Verkauf von Schatten der Pagode, was eben eher so eigentlich nochmal die Families ansprechen sollte und da ist mit 45 Euro eine Grenze erreicht, also das ist nicht gut. Bei die Tiere vom Ahorntal ist es so, und das ist jetzt das Schade an der Geschichte, du kannst nicht sagen, wir haben jetzt billigere Container und jetzt können wir die Spiele auch wieder zu dem Preis, zu dem wir sie eigentlich anbieten wollten, anbieten, was ja voll cool wäre. Nein, natürlich ist mittlerweile, und das wird sich auch nicht mehr ändern, das Holz, das Papier und alles noch teurer geworden. Das heißt, wenn wir die Tiere vom Ahorntal jetzt rein mal das Produkt betrachten, nicht den Transport, dann ist der Einkaufspreis so viel teurer geworden, dass wir das, was wir vorher für den Transport draufgelegt haben, jetzt nicht mehr runternehmen können und der Preis genauso bleiben muss. Und jetzt stellt euch vor, bitte, wie schwierig ist es, also solche Preise zu kalkulieren, die zu dem Zeitpunkt, wo du ihn festlegst, funktionieren müssen und von denen du willst, dass sie in zwei, drei Jahren auch noch funktionieren, weil du ja nicht ständig sagen willst, entschuldigt, wir heben die UVP an, wir heben sie nochmal an. Ja, was haben wir bei Wildes Weltalljahr gemacht, also es ist aber wirklich nur minimal, muss man das sagen. Das ist mit 25 Euro gestartet und aufgrund der gestiegenen Kosten dort hat es eine UVP von 25,90 mittlerweile. Ja, das ist ja wirklich noch moderat, aber trotzdem, sehr schwer zu kalkulieren, macht das Business auch wieder unheimlich härter und ja, Papier und Holz wird, glaube ich, nicht mehr günstiger werden. Der Transport ist mittlerweile wieder auf einem verträglichen Niveau. Und was bedeutet das für euch, vielleicht auch für allgemeine Verlage? Ich weiß ja nicht, also wahrscheinlich tauscht ihr euch ja untereinander auch aus, wenn ihr sozusagen die Genossenschaft da zusammen habt. Keine Ahnung, also die Spiele haben jetzt wieder, ich sag mal in Anführungszeichen, realistischere Preise, aber dadurch, dass sie teurer sind, merkt ihr, dass weniger verkauft wird? Ja, also es ist, denke ich, schwer zu messen. Es spielt auch noch ein anderer Faktor mit rein, und zwar, dass es immer mehr Verlage gibt und immer mehr Spiele. Also wie viele Verlage sich trotz Krise oder vielleicht auch aus der Krise heraus, weil sie sagen, endlich mache ich mal das, was ich schon immer machen wollte und nicht meinen blöden Job, dass sich so viele Verlage gegründet haben, dass unser größeres Problem, glaube ich, wenn ich ehrlich sein soll, die Masse an Spielen ist und der Wettbewerb eben, denn am Ende, egal ob das Spiel jetzt teurer ist oder nicht, kann die Kundschaft, das Geld, das sie hat, ja nur einmal ausgeben. So, natürlich wird jetzt genauer geguckt, für welches Spiel gebe ich das Geld aus und wie viel kann ich für ein Spiel ausgeben? Also sowohl, was die Breite an Spielen angeht, als auch was den Preis der Spiele angeht, sind wir jetzt eben diesen neuen, sage ich mal, es gab es natürlich vorher auch, aber jetzt verstärkt, dieser neuen Aussortierung ausgesetzt, dass erst einmal geguckt wird, kann ich mir das leisten und von welchem Verlag kaufe ich mir dann ein Spiel zu dem Preis? Ist es da für euch dann von Vorteil, sozusagen innerhalb der Bubble, der VielspielerInnen, sozusagen weniger komplexe Spiele anzubieten, weil ihr dahingehend weniger Konkurrenz zu Feuerland, Schwerkraft, Frosted etc. habt? Einerseits hoffe ich das. Andererseits gibt es auch einen Faktor, der dagegen spricht und das ist, dass du mit kleinen Spielen, wie wir sie machen, halt kaum Geld verdienst. Ja, also wenn, was haben wir denn jetzt im 16-Euro-Bereich, haben wir ja Q-Birds zum Beispiel, wenn das über den Vertrieb verkauft wird und du ziehst dann die Händlermarge, die Vertriebsmarge etc. ab und dann ziehst du noch ab, was das Spiel uns in der Herstellung und an Lizenzgebühren gekostet hat, dann sprechen wir da von unter 2 Euro, die wir an einem Spiel verdienen. Jetzt skaliert es mal hoch auf ein Spiel, was du für 45 bis 60 Euro verkaufst, dann verdienst du an dem Spiel halt irgendwie, sagen wir mal, zwischen 12 und 20 Euro, wenn es gut läuft. Na, 20 ist ein bisschen übertrieben, aber du hast dort einfach im Schnitt vielleicht 15 Euro, die du an Gewinn machst. Natürlich hast du auch mehr Geld investiert, aber du hast hinterher mehr Geld, mit dem du spielen kannst, um es wieder neu zu investieren. Das heißt, erst dann, wenn du von den kleinen Spielen so viel mehr verkaufst, dass du auf dieselbe Summe des Geldes kommst, ist die Rechnung aufgegangen. Schaffen wir das? Jein, würde ich sagen. Also, wenn wir ein normales kleines Spiel neu haben, dann verkaufen wir davon erstmal eine Auflage und dann haben wir noch längst nicht so viel Geld verdient, als wenn jemand ein großes Spiel in einer Auflage verkauft. Und Auflage vielleicht auch nochmal für alle, die zuhören, heißt ja bei uns kleinen Verlagen, dass wir 2000 Stück im Schnitt machen. Ja, es gibt dann einzelne Spiele, da macht man mal 3000. Es gibt auch mal 4000 beim kleinen Verlag. Es gibt aber auch sehr viele kleinen Verlage, die einfach erstmal nur 1000 machen. So, ich sag deshalb Jein, weil über die Jahre gesprochen hat, ein Spiel wie Q-Birds das erreicht, dass wir so viele verkauft haben. Allerdings, ja, verdient man ja trotzdem nur, sag ich mal, von 2019, wo es rauskam, bis 2023 an jedem weiterhin nur die 2 Euro, die kleinen 2 Euro. Man müsste schon auf einmal so viele Spiele herstellen lassen können und wissen, dass man sie verkauft, dass dann der Produktionspreis auch so runtergeht, dass eben mehr als nur 2 Euro am Ende rauskommen, damit die Rechnung aufgeht. Und das schaffen wir zurzeit noch nicht. Sind da, weiß ich nicht, Lizenzen einerseits oder so bekannte Spiele, Marken in Anführungszeichen hilfreich? Also, keine Ahnung, Obsthain als erster Teil sozusagen und dann kam ja sozusagen da nach Zitrushain, was ja wahrscheinlich, ja, ist das, weiß nicht, kann man sagen, ist das schneller erfolgreicher gewesen, weil sozusagen Obsthain schon in, ja, nicht in aller Munde war, das ist ja immer noch, glaube ich, eine Nische, das Solo-Spielen, aber es ist ja, glaube ich, in der Solo-Bubble schon ziemlich, kommt das ja gut an. Ja, Obsthain ist sicherlich auch so eine Ausnahme wie Q-Birds, was ich vorhin erwähnt habe. Q-Birds ist definitiv unser Bestseller und haben wir, glaube ich, die fünfte oder sechste Auflage mittlerweile. Obsthain hätten wir wahrscheinlich auch schon die fünfte Auflage, wenn das da aus Produktionsgründen nicht ständig struggeln würde. Aber Obsthain hat ja sehr gut funktioniert, auch nicht nur in der Solo-Bubble, sondern, aber wer das spielt, ist zwangsläufig, spielt halt zwangsläufig Solo, aber eben auch bei Menschen, die sagen, ich habe einfach Bock auf ein Spiel, muss nicht Solo sein, ist es aber zufällig. Und das hat natürlich dem Zitrushain geholfen, im Wesentlichen deshalb auch, weil Obsthain zu dem Zeitpunkt nicht verfügbar war, Zitrushain ein paar Neuerungen versprochen hat und die Nachfrage nach Obsthain ist aber trotzdem in gewisser Weise ungebrochen. Ja, also jetzt ist es eben erst mal Zitrushain, was wir nachbestellen konnten. Obsthain soll dann im Rahmen von Herbsthain, das wird der dritte Teil der Reihe, auch nochmal bestellbar sein. Und ich denke, diese Reihe, also aber speziell Obsthain, Zitrushain, Herbsthain ist auch nochmal auf eine andere Weise toll und tricky, die hat halt schon die Möglichkeit, relativ lang, dauerhaft zu bestehen. Also das ist für viele Menschen schon so das To-Go-Handtaschenspiel, was man dann dabei hat. Hilft das dem Verlag? Nein, es hilft der Reihe. Genau, das hast du ja auch gefragt. Also ein Zitrushain hatte dadurch natürlich einen leichteren Einstieg. Ich finde jetzt auch, Obsthain ist vielleicht der eingängigere Name. Hätte man erst ein Zitrushain gehabt, dann ein Obsthain, wäre es vielleicht ganz anders gekommen. Aber das ist reine Spekulation. Es kam zur richtigen Zeit, es hat den Menschen gefallen und deswegen ist diese Reihe, glaube ich, auch so erfolgreich. Das hast du auf jeden Fall schon die eine Frage vorweggenommen. Alle Fans sind erleichtert und freuen sich jetzt auf den dritten Teil, dass der auch auf Deutsch bei euch kommt. Die Kickstarter-Kampagne ist ja noch nicht gestartet. Die müsste ja irgendwann im Laufe wahrscheinlich des ersten, zweiten Quartals kommen. Jetzt ist es ja beim anderen Spiel, du hast auch schon Tiere im Ahrhundteil angesprochen, da lief ja eine Kickstarter-Kampagne zu einem Nachfolger, Maple Valley, der ja auch wieder die gleiche knuffige Optik hat und wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung geht. Aber da habt ihr gesagt, nee, das macht ihr nicht. Wieso denn? Kannst du dazu was sagen? Ja, dazu kann ich was sagen. Also Maple Valley funktioniert auch wunderbar. Die Frage ist doch, brauchen wir im eigenen Haus Ahrhundteil 1.5? Oder brauchen wir ein zweites Spiel, was im Prinzip Mechaniken ähnlich wiedergibt, nur mit anderen Komponenten, Karten statt Würfel etc.? Und das haben wir lange abgewägt. Also erst einmal ging es natürlich auch wieder um den Schwierigkeitsgrad, der ja schon bei Ahrhundteil zu gespaltenen Meinungen geführt hat. Also da gehen dann oft auch Wahrnehmung, Wunsch und Erwartung an ein Spiel eben stark auseinander bei denjenigen, die das spielen. Und das hat es ja nicht nur leicht gemacht für Ahrhundteil. Also es gibt da einen Spagat zwischen den Kritiken, besonders in den gedruckten Medien, ich nenne jetzt keine Namen, und dem Spaß, den echte Familien damit haben. Also da frage ich mich manchmal, hat das gedruckte Medium die Zielgruppe wirklich im Blick oder nicht erkannt? Für uns läuft also Ahrhundteil gut bei den Menschen, die wir als Familien erreichen können. Aber wir wollten das gleiche Dilemma nicht nochmal mit Maple Valley durchmachen. Und ja, es ist eben zu identisch, sage ich auch mal ganz ehrlich. Wenn du super Hardcore-Fan bist und hast nicht das Problem, dein Geld umdrehen zu müssen oder du bist schon beim Kickstarter dabei und sagst, komm, das hole ich mir auch noch, spricht überhaupt nichts dagegen. Aber als Verlag in das Spiel zu investieren und damit das andere gute Produkt zu kannibalisieren, hielten wir nicht für sinnvoll. Zu Thierrym Ahrundteil, da gab es ja an der Kickstarter-Kampagne auch so Mini-Erweiterungen. Die bietet ihr jetzt ja auch separat an. Lohnt sich sowas? Du hast ja sozusagen gesagt, kleine Spiele lohnen sich weniger als große Spiele. Lohnen sich solche Mini-Erweiterungen? Oder ist das eher so ein bisschen, weiß ich nicht, die Marke so ein bisschen zu fördern oder so ein bisschen, keine Ahnung, wie nachträglich noch eine Challenge veröffentlichen, so kostenlos? Also von sowas profitiert ihr ja erstmal nicht oder nicht so doll? Das stimmt. Die Logistik und das Handling davon sind nervig und das Ganze ist auch so wenig profitabel, dass wir es eben nicht über den Handel anbieten können, sondern nur in unserem eigenen Shop, weil sonst die Margen nicht mehr passen. Mir ist das aber wichtig, denn ich finde, wenn es das, also ich bin überhaupt kein Fan, sprechen wir es direkt aus von Exclusives in dem Sinne. Das heißt, wenn wir solche Dinge zugänglich machen können und manchmal dauert es länger, produktionstechnisch, oder weil noch verhandelt werden muss, oder weil der Originalverlag möchte, dass man nach dem Kickstarter wenigstens ein bisschen Zeit vergehen lässt, oder sich erst querstellt und dann alle Lokalisierungspartner sagen, nö, wollen wir aber, und er dann doch nachgibt, ja. Dann kommt es eben auch. Und das ist mir auch wichtig, dass solche Dinge kommen. Manchmal kann das nur Fluff sein, der dem Spiel nichts hinzufügt. Manchmal ist das was, wo du denkst, nee, ist es schon nice to have. Und das ist Marke. Ja, im Endeffekt ist es Service. Und Service ist natürlich irgendwo auch immer was, was mit der Marke in Verbindung steht. Ich möchte es einfach gerne anbieten, weil ich weiß, dass Menschen haben Spaß daran und deswegen haben wir sowas dann oft oder eigentlich auch fast immer in einer begrenzten Zahl eben da. Mit Wolfwalkers ist ja, weiß nicht, das erste Lizenzspiel bei euch erschienen. Also es ist ja sozusagen ein Film, der jetzt ja, glaube ich, nicht so erfolgreich ist. Also zumindest, also er ist in Deutschland bei Apple TV, glaube ich, exklusiv verfügbar. Das ist der Haken an der Sache, genau. Der Film ist prämiert, der ist gefeiert, aber er kommt eben in diesem Closed Cosmos von Apple TV Plus in Deutschland nur. Und bei uns ist halt einfach Prime und Netflix führend im Markt, so dass, denke ich, die wenigstens davon gehört haben, diejenigen, die Apple TV Plus haben oder den Film gesehen haben, die sind auch sehr davon begeistert. Also bitte nicht dem Film anrechnen, sondern allein der Tatsache, dass das Proprietär bei Apple TV Plus liegt. Der Film ist ganz fantastisch. Ich habe den gesehen. Das ist ja so ein, ich glaube, irisches, aber ich müsste nochmal nachgucken, das ist auf jeden Fall so ein Animationsstudio, die ganz viele so eine, diese ganze Optik in dem Spiel, die machen ganz viele solche Filme, die alle ganz toll sind. Genau, ja. Aber hey, zurück zu deiner Frage. Schieß mal. Du wolltest wahrscheinlich fragen, ist das irgendwie anders als andere Titel oder? Genau, muss man da was beachten? Also ich meine, das Spiel war jetzt ja vorher sozusagen schon bei einem anderen Verlag. Also ist es ja 2021 erschienen. Aber ist das was, wo ihr darüber nachdenkt, schon häufiger euch mal eine Lizenz, ich weiß nicht, zu schnappen oder anzufragen nach dem Motto, dann könnte ein Spiel erfolgreicher sein vielleicht? Gar nicht. Ich hatte den Film auch nicht gesehen, als ich mit dem Spiel in Berührung kam. Hab das Spiel gespielt, fand es fantastisch, auch wieder mit der Family getestet. Und da kam das gut an, dann eben im erweiterten Bereich. Niemand kannte den Film. Wir haben zufälligerweise zu Hause Apple TV Plus. Das heißt, wir haben den irgendwann mal angeschaut. Und der war dann auch sehr fantastisch. Aber für mich funktionierte das Spiel, weil das ja sehr auf den Illustrationen basiert, durch seine Bilder, nicht durch die Kenntnis der Story des Films. Und was du jetzt sagst, ist richtig. Dadurch, dass wir es von einem anderen Verlag, nämlich Value Add Games, lizenziert haben aus Slowenien, ist es so, dass wir mit dem Original-Lizenzgeber nichts zu tun hatten, mussten aber, und das ist eben Novum im Vergleich zu den anderen Arbeiten, die wir bisher gemacht haben, die Druckdateien abnehmen lassen von dem Studio, um eben sicherzustellen, dass die Repräsentation in Form der Box, die wir verändert hatten, Entschuldigung, in Form der Box, die wir verändert hatten, für das Studio akzeptabel ist. Aber, das ist auch ein sehr schönes Feedback, also unsere Box, die wir erstellt haben für den deutschen Markt und im Board Game League zum Beispiel, könnt ihr die Unterschiede sehen, die wird der neue Standard werden, weil sie halt für so viel besser wahrgenommen wurde als das Original. Wir haben da auch echt viel Arbeit reingesteckt, grafisch. Ist das komplizierter, als es aussieht am Ende? Wirklich viel Blut und Schweiß reingesteckt und diese Box wird dann der Standard. Also das ist der eine Prozess. Das andere ist, ich kann nicht einfach hergehen und dafür irgendwelche Bildchen auf Social Media als Werbeanzeige machen oder T-Shirts drucken oder Buttons machen, Aufkleber oder was weiß ich, ohne dass das wieder vom Originalstudio abgesegnet wird, um zu gucken, werden die Charaktere aus Wolfwalkers in einem Kontext gezeigt, der auch für uns passt. Genau. Das schränkt uns jetzt aber nicht mega ein in der Arbeit mit dem Spiel und wie gesagt, hatte auch null Einfluss. Also wir haben jetzt nicht gedacht, oh cool, das kennen Leute, dann verkaufen wir das besser. Also im Gegenteil, wir haben gedacht, wer kennt denn Apple TV? Kein Mensch. Und würde ich das mit anderen Spielen auch machen? Die Antwort ist eher nicht. Also das kommt darauf an. Wenn es in diesem Spiel so ist, dass ich hier Illustrationen habe, die für mich völlig frei davon funktionieren, dann mache ich das, weil ich will nämlich, dass meine Spiele eine Welt sind, in die ich eintauchen kann, ohne dass sie mir einen Link zu irgendwas real existierendem schaffen. Also ich würde kein Marvel-Spiel machen, Simpsons oder noch schlimmer Spiele mit, die auf realen Figuren basieren. Sagen wir mal zum Beispiel Harry Potter Filme. Also alles, was mit echten Menschen verknüpft ist. Denn das schränkt mir viel zu sehr ein, was ich in dem Spiel und in der Welt des Spiels noch sehen kann. Weil dann habe ich die Charaktere und den Plot und alles aus dem Film zum Beispiel vor Augen. Und damit kann ich persönlich unheimlich wenig anfangen. Als Spielerinnen und Spieler bekommen wir ja eigentlich meistens nur die Spiele mit, die ja auch bei einem Verlag erscheinen. Aber jetzt ist es ja auch immer mal so, keine Ahnung, aus unterschiedlichen Gründen erscheinen ein Spiel nicht, auch wenn man da mal dran gearbeitet hat. Und da habe ich bei euch, bei Twitter gesehen, das hattest du oder ihr kommuniziert und dann hattet ihr auch Illustrationen veröffentlicht sozusagen, die eigentlich für etwas gedacht waren, die jetzt eventuell noch mal für was anderes benutzt werden. Wie oder vielleicht erst mal, was sind denn überhaupt Gründe? Muss jetzt vielleicht nicht speziell auf den Fall, ich weiß nicht, worüber du da erzählen magst, aber was sind vielleicht erst mal allgemein Gründe, warum man merkt, okay, an dem Spiel lohnt es, in Anführungszeichen lohnt es sich nicht weiterzuarbeiten? Also Gründe könnten, glaube ich, nicht nur das Spiel an sich sein, wo man merkt, das bringt es nicht, das hatten wir tatsächlich auch. Also genau, solche Fälle gibt es insgesamt mehrfach schon, deswegen kann man es wirklich allgemein beantworten. Gründe könnten natürlich auch Veränderungen in der Partnerschaft sein, dass man sagt, pass auf, dann ziehen wir lieber jetzt die Reißleine, als später das Problem an der Backe zu haben. Gründe können auch aus der Firma selbst herauskommen, dass man sagt, oh Gott, wir haben auf einmal nicht mehr das Kapital dafür. Also im konkreten Fall, über den ich auch schon getwittert habe, muss ich ja nicht nennen, wessen Spiel das war, aber ich kann allgemein sagen, wir hatten das in der Redaktion bearbeitet, wir hatten das Spiel getestet, es kam eben zu uns als Prototyp, sehr vereinfacht, also sprich mit schwarzen Linien auf weißem Papier und wir hatten das dann getestet, hatten dem Spiel auch eine Welt gegeben, hatten angefangen, das zu illustrieren, einen Plan zu machen und in den Tests ist dann auch noch rausgekommen, dass es in der Grundform eben denjenigen, die es testen, zu simpel und zu einfach ist und dass wir auch speziell für unser Zielpublikum da vielleicht noch so was wie ein Advanced Module brauchen. Genau das hat unsere Redaktion entwickelt, wir gemeinsam mit externen Testenden und wir haben das Spiel sehr früh dann nur noch mit dem Modul gespielt, welches wirklich erstaunlich gut funktioniert hat und dem Spiel dann für alle, die halt auf gehobenem Niveau spielen, das gegeben hat, was sie sich dort gewünscht haben. So ein Spiel und so eine Änderung, die zeigt man dann am Ende natürlich auch wieder der Person, von der man das Spiel hat und die musste es am Ende gut finden und da gab es schon mal einen Interessenkonflikt. Die Person war der Meinung, dass das Spiel, so wie sie es uns gegeben hat, fertig ist und wir es nur hätten herausbringen müssen, vereinfacht gesagt, was natürlich schwierig ist, wenn man ein Schwarz-Weiß-Prototypen bekommt, der noch gar kein wirkliches Thema hat und keine Illustrationen. Das heißt, auf der Ebene hat es dann plötzlich nicht mehr gepasst, also dass unsere Module, unsere Veränderungen nicht für gut befunden wurden und das Zweite war eben, dass dann auch die Illustrationen, die wir gemacht haben, wenn auch zwar gut bewertet, aber nicht als zielführend für das Spiel gesehen wurden. Und da haben wir einfach zu viel Konfliktpotenzial gesehen, zu sagen, wir bringen das jetzt trotzdem raus, auch wenn wir uns vielleicht auch irgendwas einigen können, dass wenn dann das Spiel sich nicht gut verkauft, es hinterher heißt, ich hab's euch doch gesagt oder hätten wir das bloß nicht so gemacht. Und ich meine, zu dem Zeitpunkt hast du schon so viel Liebe, so viel Schweißblut reingesteckt und deine redaktionelle Arbeit wird plötzlich in Frage gestellt. Das Testen wird, wohlgemerkt, ungetestet von der Person, die es uns gegeben hat. Also unser Testen, unsere Arbeit wird ungetestet in Frage gestellt. Das war es dann den Kampf nicht wert. Ja, das jetzt zu dem konkreten Fall. Allgemein ist es auch so, wenn du ein Spiel sehr lange in Entwicklung hast, kann ein anderes plötzlich rauskommen, was genau das tut, an dem du gerade arbeitest und dann überlegst du dir auch zweimal, ob du das rausbringst. Wir selber haben uns weiterentwickelt, also Dinge, die wir sehr früh gesigned hatten, auch Fika zum Beispiel lag ja schon lange bei uns und dann kam Covid etc. Die stellst du dann plötzlich ganz anders nochmal auf den Prüfstand, ja auch mit einem neuen Team, das die Spiele noch nicht kannte und sagt, echt, und was hat dir daran damals gefallen und so? Und die Zeit hat sich weiterentwickelt, die Mechaniken, um was Menschen spielen, haben sich weiterentwickelt. Das heißt, auch unsere fehlende Geschwindigkeit in der Pandemie hat eine ganz große Rolle gespielt. Auch übrigens bei dem anderen Projekt, was ich gerade erwähnt habe. Also es gibt auch auf unserer Seite in gewisser Weise eine Schuld, dass solche Sachen nicht zustande kommen beziehungsweise erklärbare Umstände. Und dann ist eben immer die Frage, wie gut ist die Partnerschaft und wie gut kommt die damit zurecht? Und im Beispiel von Fika kam die Partnerschaft damit bestens zurecht und hat gesagt, verstehe ich voll und ganz und ich sehe ja auch, was ihr da mit dem Spiel vorhabt. Ich sehe die wahnsinnig tollen Illustrationen. Also vertraue ich euch da, dass das Spiel noch kommt und auch fertig gemacht werden wird. Dasselbe übrigens bei Lost Lights, was wir ja seit gefühlten 100 Jahren teasen, was jetzt dieses Jahr kommt. Es hat am Ende die Zeit gebraucht. Das ist auch gut. Und wenn das Spiel kommt, genauso wie bei Fika, dann kommt es genau zur richtigen Zeit und es passt alles. Es macht keinen Sinn, da irgendwas Halbgares zu machen oder so. Und es ist halt einfach Realität, dass es manchmal länger dauert. Genau. Und das sind Gründe, die dafür sprechen können. Wirtschaftlich, das war es aber bei uns nicht. In der Partnerschaft, ja, das hatten wir schon mal. Oder aber eben auch, nee, das Spiel ist leider outdated. Was heißt das denn für euch als kleinen Verlag? Weil ihr habt ja auch gar nicht, also ihr seid ein kleines Team, das frisst Zeit und ihr habt ja auch nicht so viele Spiele in der Pipeline wie jetzt ein sehr großer Verlag. Was bedeutet das denn für euch, wenn ihr dann so viel Zeit da reinsteckt und sagt, oh, jetzt wird es doch nicht gemacht? Das ist ultra hart. Also bei dem einen Spiel hat uns das ja ungefähr 15.000 Euro gekostet, ne, für die Entwicklungszeit und aber auch die Illustrationen, die halt eben schwer in anderen Spielen weiterzuverwenden sind, weil sehr spezifisch. Für die Grafik auch und das ist einfach übel. Trotzdem muss diese Reißleitung manchmal gezogen werden. Aber was heißt es konkret? Sprechen wir es wirklich mal an. Die 15.000 Euro hätte ich lieber in eine Stelle gesteckt. Ich hätte mit 15.000 Euro und der Bedarf, der ist beim Verlag da und es gibt auch Menschen, die hätten diesen Job gerne. Diese 15.000 Euro hätten eine neue halbe Stelle schaffen können. Ja, die hätten sie, die hätten halt die Vorfinanzierung für ein halbes Jahr gesichert oder über ein halbes Jahr hinaus noch und bisher war es immer so, das war auch bei Frank und bei Lisa so, die ich eingestellt habe, dass ja dann durch ihre Arbeit das Ganze so ins Kurbeln kommt, dass sie am Ende ja nicht mehr die Vorfinanzierung brauchen, sondern sich selbst finanzieren. Aber das wäre der Kickstarter für einen neuen Arbeitsplatz gewesen, was ich bei Weitem für nachhaltiger halte, als unbedingt noch ein Spiel herausbringen zu müssen. Ja? Naja. Es bedeutet sehr viel verlorene Arbeitszeit auch. Es bedeutet auch irgendwie eine Enttäuschung. Ja? Da muss man dann einfach mit zurechtkommen, dass jemand anders die Arbeit nicht gut fand oder dass halt man gesagt hat, oh, ich habe aufs falsche Pferd gesetzt in dem Moment, wo ein Spiel plötzlich outdated ist. Da muss man mit zurechtkommen. Dann blicken wir vielleicht doch nochmal nach vorne. Du hast schon einige Titel ein bisschen angeteasert. Was kommt denn bei euch jetzt noch in Zukunft, in den nächsten Monaten oder vielleicht dieses Jahr noch so raus? Genau. Also, was ja gerade erst rauskam, ist das Oros. Das ist jetzt eben seit letzter Woche für den Handel auch verfügbar. Da schlägt das gerade auf. Und das kommt ja zum Glück auch sehr gut an. Das freut mich. Dann haben wir eben noch in der Pipeline, was ich gerade sagte, Lost Lights, das Zwei-Personen-Area-Control-Spiel, wo man eben draftet, so eine kleine tierische Armee hat, mit der man auf einer kleinen Karte versucht, eben Ländereien zu besetzen. Dann wird Grease Monkey Garage kommen, das auch am ganz unteren Ende wahrscheinlich gleich das leichteste Spiel fast nach Q-Birds und Gasha sein wird, nämlich ein sehr leichtes, aber schönes Worker-Placement-Spiel für die ganze Familie, in dem schöne alte Oldtimer repariert werden müssen. Das sind die, die auch druckfertig sind, die auch schon sogar übersetzt sind, damit wir den Lizenzpartnerinnen jetzt auf der Spielwarenmesse in Nürnberg entsprechend schon die Muster auch mitgeben können. Dann ebenfalls ja schon in Bearbeitung das große Epos Mythwind, was auch nochmal hoffentlich so ein bisschen die Branche auf den Kopf stellt, denn es ist ein Riesenspiel, was theoretisch unendlich lang gespielt werden kann, mindestens aber so lang, wie die sehr lange Story trägt, ja, also ein Spiel, in dem ihr quasi immer weiter spielt mit dem, was ihr euch aufbaut. Asymmetrische Personenrollen auch, also das heißt, du kannst da zum Beispiel den Wilderer spielen, du kannst den Farmer spielen und dann hat eben jede Rolle ihre ganz eigenen Mechaniken. Der Farmer, der hat so eine Polyomino-Mechanik, das heißt, da legt man eben Plättchen auf einem Tableau, das ist das Feld, wo man anpflanzt und erntet, dann gibt es aber auch eine Backbuilding-Mechanik, dann gibt es eine Drafting-Mechanik und du kannst natürlich dann auch irgendwann mal, also weil das Spiel geht ja theoretisch unendlich, die Rollen tauschen, also da geht es viel ums Erlebnis und das ist natürlich eine Sache, die sehr spannend ist, die es so auch noch nicht gab in dem Sinn, ist nochmal anders als Legacy-Spiele. Die wird also kommen, ja, vermutlich zur Messe, so vom aktuellen Zeitrahmen her. Dann kommt ja Inselexpress, das müsste im April kommen, wenn nicht dann spätestens zur Berlin-Con, was ein sehr, sehr cooles, in einer kleinen Schachtel, aber wahnsinnig vielschichtiges Engine-Building-Spiel ist, im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur, weil ich meine Loks baue, sondern auch eben mir eine Engine aufbaue mit einem sehr coolen Mechanismus und zwar kann ich meine Ressourcen quasi bei den anderen verwenden, um davon zu profitieren und sie haben aber dann meine Ressourcen, um damit wiederum was zu machen. Sehr schön verzahnt, genau. So, und dann, ja, das ist jetzt noch nicht 100 pro Spruch, Ralf. Wir sind gerade echt auch noch an was Schönem dran. Das hat sich vielleicht dann bis der Podcast draußen ist auch geklärt, aber das können wir gerade noch nicht sagen. Es ist aber klar, ich habe noch vorhin gesagt, ein Spiel vom Awe Fühler haben wir auch noch drin. Das ist ein Spiel, in dem wird geboten, um Plättchen. Plättchen werden gelegt, um eben eine Auslage zu schaffen. Also thematisch ist es noch nicht 100 pro festgelegt, aber du schaffst eben deine Länderei und diese Auslage, um die du bietest, die ist dann wiederum mit sich verzahnt in einem Art Set Collection Prinzip. Also das, was du vor dir baust, bringt dir dann auf die Art, wie du es baust und was du baust, auch Punkte. So, und dann ist gerade auch aktuell, noch, weil eben ja Nürnberg bevorsteht und wir viele Sachen gezeigt bekommen haben, so ein bisschen die Aussiebe und Entscheidungsrunde. Also da ist jetzt noch nichts weiter spruchreif. Außer, dass eben Herbsthain als Kickstarter-Kampagne kommen wird und Zitrushain wieder da sein wird. So, wir haben eben auch durch das Angesprochene, dass wir sehr viel Zeit in Projekte gebunden haben, die jetzt nicht kommen, haben wir jetzt keine Overload an Spielen dieses Jahr, was glaube ich auch ganz gut ist, weil diese Overload an Spielen, die sehe ich gerade bei einigen anderen Verlagen und das hilft niemandem. Klar werden wir da irgendwo drin untergehen, weil wenn ein anderer Verlag zehn Neuheiten ankündigt und wir jetzt erstmal irgendwie vier Spiele, die wir sukzessive über das Jahr herausbringen werden, dann ist das Budget wahrscheinlich schon in die zehn Neuheiten auch wenn es nur zwei sind, zwei von zehn, aber es ist immer einfach am Ende so eine Art Wahrscheinlichkeitsrechnung, ja. Hast du mehr Spiele, bleibt auch mehr bei dir hängen, natürlich hast du auch hohe Investitionskosten, genau. Aber eben, ich bin da sehr positiv, also weil es sind coole Titel, die da kommen, auf die die Leute auch seit langem warten, teilweise, teilweise gespannt sind und wo wir auch wieder Dinge gewagt haben. Genau, und ich hatte mal vorhin und wo wir jetzt eben schon bei Neuigkeiten sind, auch das Thema Homeoffice angesprochen, ich habe mir ein Büro außer Haus gesucht, also bei Broadgame Circus arbeiten momentan alle im Homeoffice, jede Person in ihrer eigenen Stadt und wir arbeiten nur remote miteinander und treffen uns nur auf Messen, das zum Hintergrundverständnis. Zum Perspektivwechsel und auch einfach um zu Hause ein bisschen Platz zu schaffen, habe ich mir gewünscht, mal in ein Büro zu gehen. Das ist aber hier in der Region Freiburg, wo ich wohne, wahnsinnig teuer, ja, für das Geld, für das ich hier, also wirklich ohne Witz, zwölf Quadratmeter Buche, kriegt halt Lisa in Bayreuth schon ein ganzes Büro mit drei Zimmern, ja, das ist einfach irre. Nichtsdestotrotz, ich habe halt was gefunden, zufälligerweise, beim Spazierengehen, um genau zu sein, hat es meine Frau gefunden und daraus ergibt sich jetzt und das ist das große Novum, dass ich ein kleines Studio aufmachen werde mit Verkauf, also ich nenne es sogar mal Laden, ich will mal so weit gehen und werde es Laden nennen, also es wird dann als analoge Anlaufstelle auch einen Brettspielkiosk geben, in dem ich vormittags vor allem noch hinter geschlossener Türe sitze und man kann durchs Fenster specken und sehen, hey, da arbeitet ja einer an was Spannendem und zu gegebener Zeit, Tagesstunde, werde ich das ganze Ding aufsperren, den Brettspielkiosk, der seinem Namen auch gerecht wird, denn er ist nur 30 Quadratmeter groß und in diesem Brettspielkiosk wird man dann natürlich Spiele finden, wie könnte es anders sein und der Plan ist, aber das wird jetzt auch alles gerade noch zurechtgeschustert, vertraglich, dass dort auch eben entsprechend Tische stehen, weil das hat tatsächlich draußen auch unter Arkaden so einen überdachten Bereich, wo man super cool draußen sitzen kann, Tische stehen und dann möchte ich dort in dem Bereich eine Community aufbauen, dass es dort auch einen Spieleabend geben wird, dass man da auch wieder Menschen ans Spiel heranführt, genau, das ist das eine Novum und auch wirklich eine Sache, auf die ich mich persönlich wahnsinnig freue, für mich eine Raumveränderung zu haben und zu gucken, das ist so ein bisschen wie bei der Messe, endlich hast du auch Kontakt zu Menschen, sie kommen vorbei und können direkt was zu dir sagen und im Brettspielkiosk kannst du dann einfach auch noch ein Spiel für die Westentasche mitnehmen oder du setzt dich dahin, holst dir aus dem Kühlschrank ein Kaltgetränk und probierst direkt mal eins von den Spielen auf dem Tisch aus. Was wir da für ein Programm haben, das ist das zweite Novum, das haben wir ja auch angefangen dieses Jahr, Board Game Circus und Frosted Games verkaufen im Brettspielkiosk zusammen die Titel, auf denen nicht der Pegasus-Rahmen drauf ist, denn das sind Titel, die Pegasus wiederum vornehmlich verkauft. Natürlich wird der Brettspielkiosk also auch die schönen Spiele von Frosted Games da haben und die passen ja auch im Kiosk-Format super rein, diese ganzen Buttonschei-Spiele, die kleinen Hosentaschenspiele, Westentaschenspiele, das wird sozusagen dort passieren. Das ist das zweite Novum auch, dass wir zusammen mehr machen wollen und sind dann auch wie letztes Jahr schon wieder auf der Berlin-Con zusammen, Frosted Games und Board Game Circus. Ja, wunderbar. Das klingt super spannend mit dem Brettspiel-Curs. Vielleicht in einer kommenden Podcast-Folge reden wir noch mal ein bisschen darüber. Ja, sehr gerne. Also irgendwie muss dieser Weg dahin und die Eröffnung auch noch begleitet werden. Ich sage es mal so, weil wenn das jetzt jemand hört, würde mir das natürlich helfen. Ich habe vor, also dieses Ding vor allem auch der Community vor Ort zu widmen und möchte dafür auf Startnext einen kleinen Crowdfunding machen für das Mobiliar und so weiter und so fort. Und das ist mir ganz wichtig, dass natürlich getrennt wird, dass also die Menschen wissen, das, was wir crowdfunden, kommt uns zugute. Ja, es wird nicht der Verlag gecrowdfundet. Es wird das Mobiliar, die Events, die wir dort machen wollen und so weiter und so fort, die Ausstattung für die Community gecrowdfundet. Aber das würde eben gehen mit einem Crowdfunding aus dem Laden, in dem ich ja sowieso sitze und arbeite, eben diesen Punkt zu machen, wo man reinkommen kann, Spiele ausprobieren kann und ich habe wahnsinnig viele Ideen. Also in der Nähe zum Beispiel, wirklich fußläufig ist ja die Eisdiele und ein sehr großer Park, der Kurpark in Bad Grotzing, wo man super sitzen kann und deswegen geht im Brettspielkiosk dann auch das Brettspiel Picknick, ja, dass man sich also quasi bei mir den Korb ausleiht mit dem Kaltgetränk und den Picknick-tauglichen Spielen und der Decke an der Eisdiele vorbei in den Park geht, also das heißt in der rechten Hand den Korb, in der linken Hand das Eis und vor dir diesen wunderschönen Park, in den du dich dann setzt und spielen kannst und all solche Sachen machen mir wahnsinnig viel Freude, auszudenken und dann später umzusetzen. Mit euch, also mit der Community, das ist so der Plan. Ja cool, dann sind wir gespannt, was danach kommt. Daniel, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören, hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank, dass du den Brettspiel-News-Podcast gehört hast. Folg uns gern auf Facebook, Instagram und oder Twitter. Wenn du dich mit anderen Spielebegeisterten austauschen möchtest, schau auch auf unserem Discord-Server vorbei. Wir würden uns natürlich auch sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcast und Spotify freuen und auch gerne auf Feedback bezüglich unserer Folgen und oder Wünsche, was Gästinnen und Gäste angeht.